Hallo, willkommen hier zu Survival Games. Ich weiß zwar nicht welche Folge das heute ist, aber egal. Wir spielen mal wieder auf SG Rennschnitzel und hier gibt es noch die altmodischen Kisten und ich bin jetzt nicht mehr bei GOMAHD Premium, deswegen legen wir jetzt hier mal los. So, da oben Steinschwert haben wir schon mal. Dann legen wir jetzt los. Na, mal gucken, ob hier ein paar Kisten sind. Okay, jetzt kommen wir gerade eben so vor, als hätte es geleckt, aber nee, tut es nicht. Nee, sieht nur so aus. Ja. Boah, Karotten. Schnell was essen. Wie jetzt? Alter, kannst du dich mal am Sack lecken, du Kack-Server? Jetzt setze ich mich hier nicht noch... Ja, ich habe zwei Karotten gegessen, das Kriegsschäft hier. Nix. Soll ich hier mit zwei Steinschwattern? Oh, Schleuder. Ist da hinter mir jemand? Ich weiß es nicht. Gott, sind das viele Sachen. Was? Okay. Oh, äh. Das Angebot nehme ich an. Egal. Hilfe. Ich will nicht, dass ich angegriffen werde. Ich weiß zwar nicht, wo jemand ist, aber... Nee, egal. Da ist jemand. Kommst du her. Kommst du her. Du Würschitz gekillt. Na, kommst du mal. Bleib stehen. Du Opfer. Äh, du hast stehen, bleib. Das Opfer soll stehen bleiben. Nein, der soll mich jetzt nicht schlagen. Boah. So wird das hier gemacht. Das ist so dumm, ey. Goldnugget? Was soll ich mit Goldnugget? Ach so, ich muss aufpassen, dass ich nicht ange... Oh, ich sollte was essen. Hier ins Weg. Äh, sind hier noch ein paar Kisten. Was ist das? Das Eisenachs oder das Steinschwert? Ich kann ja jederzeit zwischendrin wechseln. Ha, Noob. Die sind im Team, oder? Na, wartet. Komm mal hier auf die freie Fläche. Dann wird's... ...gerockt. Auf dem Wasserkampf hab ich keinen Bock. Und jetzt Savka. Ah, der hat mir da. Noch einer weg. Und dann der hier noch. Ich hab nämlich hier auf dem Server noch gar keine Punkte. Ich hatte sieben Punkte, oder so. Jetzt hab ich wenigstens mal ein paar Punkte. Ach, sure. Ein goldener Apfel. Den fall ich schon mal später mal rein. Wer ist denn noch so im Spiel? Und die haben jetzt sogar, äh, hier, äh, verschiedene Server. Früher war's immer so, dass alles auf einem Server war. Erfahrung. Bisschen Experience. Ja, Level 1. Das brauchen wir nur noch, ähm... ...Kettenhose, Eisen. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, wo... ...irgendjemand sein könnte. Ist es eigentlich... ...fair, wenn ich die Minimap anhabe? Oder... ...ist das ein bisschen... ...unfair, sag ich mal. Ich weiß es nicht. Da ist jemand. Da. Irgendwo. Äh, was soll ich nehmen? Ich nehm stein, ich weiß. Komm her. Komm, komm, komm. Du wirst geflickt. Scheiße. Egal, ähm... Unsere Zeit war 4 Minuten 51. 4 Kills und... ...null Bonus. Oh, Alter. Vorne hatte ich noch, äh, 7... ...7. 7 Dings halt. Egal. Ja, ich häng jetzt hier noch ne... ...oder, warte mal. Mal gucken, ob vielleicht jetzt gleich live hier etwas frei ist. Ähm, waiting, waiting, waiting. Oh, da wohnen wir doch gleich mal. Jetzt hab ich den Minimap angesummt. Ähm... ...nam, nam, nam, nam. Vote. 2. Ja. Ja. Da darf man halt nicht so lange warten, sonst ist es scheiße. Oh, ist gegen Cloud. Oh. Ach, das... Ach, dem ist das. Okay. Natürlich ist es hier ein bisschen blöd, wer Notus hat oder so. Kann natürlich die Kisten gleich schauen, wo sie sind. Und... Alter, oh, nein. Uuuh. Oh, ey. Das war jetzt so ein Fail. Warum endet die Grace-Periode auch immer so schnell? Die Periode soll nicht so schnell enden. Warum? Was ist mit der Periode los? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das Adventure weitermachen. Letzt Adventure Minecraft, daher. Weil, äh... Will ich nicht. Wir haben jetzt schon seit über anderthalb Wochen nicht mehr aufgenommen. Wenn jetzt sich einer fragt, wie, warum, ihr ladet doch alle drei Tage mich hoch. Ja, es war alle drei Tage. Das liegt daran, äh, es gibt da eine schöne Funktion. Ja, es ist vorbladen, die eigentlich die meisten kennen müssen. Müssten. Nicht tun. Ist hier was drin noch? Ich hoffe mal, dass hier irgendwo mal was drin sein könnte. Jetzt kann ich geile Leute angeln. Hoch, 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 hoch. Gott, ich hab schon gedacht. Na, scheiße. Ist ja logisch, dass ich da nicht hochkomme. Was trauen wir noch nach und dann haben wir so gut wie... ...gewandt. In der Kirche ist doch mal was dran, oder? Oh, schöner Kaktus. Ja. Oh, schon zugeben. Dat was gebaut ist jetzt richtig. Schön aus. Nee, nee. Komm. Der Melone. Kann man die hinsetzen? Gut. Gut. Ist hier nichts mehr dran? Ja, fress das mal. Fress das mal. Gut. So ist hier irgendwas. Okay. Was bringt das? Ach, Seelensand. Okay. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal, den Berg irgendwie hochzukommen. Hält das eigentlich was? Ja, mal Äpfel raus. Ich geb's an. Ach, das war ein Spinnenweben. Okay. Ich renne jetzt erstmal nicht und... ...äh... ...wir müssen jetzt versuchen, da mal auf den Berg zu kommen. Das machen wir am besten hier mal. Da... Oh Gott, das klappt natürlich alles nicht. Gleichzeitig sollten wir mal schauen, ob da ja auch jemand ist. Das wäre etwas unpraktisch. Oh, Pilze. Ah. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schale. Ach, Samen haben wir auch. Hier. Samen. Geil. Die hat's mal gebracht. Irgendwie finde ich das irgendwie auf einem Kanal zu Zeit eintöne. Entweder kommt nur... ...wenn ich dann... Oh, das ist jetzt blöd. Okay, ist ja das... ...was weitergeführt wird? Das weiß ich nicht. Es kommt irgendwie... ...dann... ...wir ein paar Tage lang von einem. Das will ich vielleicht mal ändern. Vielleicht in... ...äh... ...zwei Monaten... ...wird das vielleicht geändert. Da hinten ist ein Haus. Eine Melone haben wir noch. Die... Jetzt steht das mal. Ich will die Angler nicht aufbrauchen, deswegen... ...da steht das mal. Die Hälfte ist ja schon tot. Okay, also zuerst das hier unten nachschauen. Geh da ran. Verbrauchen wir denn die Goldnackel... ...nackel... ...nackels? Sind die etwa hier für... ...ä... ...Golden Abfälle oder was? Wenn ja, dann sind sie aber ganz schön wenige. Ich hab schon gesagt, ... ich war noch in der Kiste. Ach da. Ach. Wie, da ist nix drinne. Weil mich doch verarschen. Soll das hier ein Damm darstellen? Wenn ja. Oh, sieht lustig aus. Kann man da rüberspringen? Joa. Geht doch. Und? Da ins Wasser. Das war geplant. Wegen Fallschaden und so. Und jetzt nicht drin, weil wir haben ja... ...zwar nur zwei... ...äh, wir haben zwar... ...zwei Äpfel, aber die sollten wir dann auch wieder nicht so schnell aufbrauchen. Warum baut sich die Map da gerade eben nicht auf? Äh... ...äh... ...äh... ...ok... ...verstehe ich jetzt zwar nicht so, aber... ...ah... ...wenn sie gefällt, Minecraft. Hier ist erstmal einer gestorben. Äh... ...klick für mich. Ich will den Hebel nur ungern austesten, also... ...haue man weiß ja nie. Boah. Das war jetzt... ...äh, weltbewegend. Ah, hätte ich mir nur denken können, dass die leer ist. Ich sollte mal ein bisschen auf die Blitze achten, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den Regen ausgestellt habe, weil wenn ja... ...weiß ich nicht, ob man die Blitze dann sieht. Achso, dort oben ist, glaube ich, keine Kiste und... ...sind wir jetzt nicht schon wieder hier in dem Dorf? Ne, das ist das andere Dorf. Gut. Ah, dieses Obsidian-Zeug. Na, was sind denn die? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler sind noch mehr dran. Na, wer sagt's denn? Oh, so schleichen wir uns von unten an. Was macht's denn der da? Oh, was war denn das denn jetzt? Wo ist der? Ich hab' ne Angel dabei. Ui. Nutzt sie sich nicht mal ab, oder was? Wo ist denn... Ach, der ist da. Na, ich tu' mal hier um die Anträge, Herr Kollege. Oh, los, bewegt dich schneller. So, und hier um die Ecke rum und... ...da müsste der Kollege vielleicht mal sein. Na, wo ist er denn? Ist er auf dem Schiff? Hä? Wo ist er denn? Eigentlich, äh, Superskin, oder? Ich hab' schon gedacht, ich hab' den da unten gesehen. Oh, ist leider der hier angeschwommen kommt. Will ich gucken, ob da noch was... Hm? Vielen Dank.